Ein bisschen weiß euer Bild. Obt ihr denn die Kamera gekauft oder in einer Cornflakespackung oder was? Guckt bitte nicht so skeptisch. Du hast irgendwie voll die Augenringe. Hast du die letzten drei Nächte durchgemacht? Oder liegt's am Licht? Kann ja sein, dass das Licht so ein bisschen scheiße draufblendet, weil da sieht man hier so ein bisschen Schatten, ne? Also... Könnte man überdecken mit Make-up. Wow! Digga, was ist denn mit dir falsch gelaufen? Das sieht aus, als wenn du irgendwie so einen Schwimmanzug anhältest. Hi, du bist ein bisschen zu jung für Chatolette, oder? Flachland, huuuu! Was soll das werden jetzt hier? Was hast du mit mir vor hier? Willst du meine Hände sehen? Bist du so ein Handfetischist oder was? Ich habe riesen Hände, ich habe richtige Affenhände. Seid ihr kleine Türken? Ihr seht so ein bisschen türkisch aus. Ja, coole Sache. Wie alt seid ihr denn? 13, ne? 13? Ja, ich wollte gerade sagen, weil du mit dem Schwarzen, du siehst ein bisschen jünger aus als 13, muss man ehrlich sagen. Also, du siehst ziemlich jung, ziemlich klein aus. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Wo ich 13 war, ja, ich war so klein. Mit 13, ne, Digga, guck mal. Mit 13 war ich so klein gewesen, ja? Ich bin ein König in Berlin. König in Berlin? Ja, das bin ich ja. Ich bin ja König in Berlin hier. NRW, okay, okay. Ich komme aus Berlin, aus deinem Bruderstadt. Ja. Ja. Ja, das wäre auch fatal, wenn du Berlin nicht kennen würdest. Als Deutscher. Uff, was denn da los? Also, ist hier gar nichts. Hast du deine Kamera in deinen Anus eingeführt, oder was? Was, du sprichst Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch und Holländisch. Niederländisch, ja? Richtig, genau, ja. Ja. Also, wenn du Sprachtalent. Hab in, äh, hab in Holland eine Zeit lang gelebt, deswegen. Ah, okay. Ja, holländisch ist eigentlich ganz witzig, weil das ist irgendwie so ein Mix aus Deutsch, aus Englisch und Französisch, also irgendwie versteht man trotzdem alles, obwohl man die Sprache nicht spricht, das ist bei mir zumindest so. Das ist wirklich so, ja. Also, das war auch recht einfach, äh, holländisch. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ging so nach einem Jahr, anderthalb Jahren war das recht schnell drin. Dann noch einen schönen Abend, ne? Wünsche ich dir auch, hau rein. Danke, hau rein. Nett mal jemand Nettes gesehen zu haben. Ja, das sieht man nicht häufig hier auf Chatuellette. Das stimmt, das stimmt. Ja, richtig, ja. Also, mach's gut. Na gut, hau rein. Na gut, na gut. Boah, die Megatunnels, die sind ja so groß wie der Eurotunnel. Boah. Sonnenschein, wie geht's? Pokémon spielen oder was? Welche Edition? Na, die gelbe? Weiß ich nicht. Obwohl, die ist ganz alt. Ne, ich denk mal die neueste, so X oder Y, ne? Ja, genau, X, okay. Hab ich noch nicht gespielt, hab ich noch nicht gespielt. Aber ich hab damals auch ganz viel Pokémon gezockt, damit bin ich aufgewachsen. Das war so meins gewesen. Wie alt bist du eigentlich? 15? 16? Äh... Zu jung, zu alt? Ah, ich kann das aber nicht. Ich kann das aber nicht einschätzen. Verdammt. 21? Oh, du siehst aber nicht so aus. Du siehst nicht wie 21 aus. Du müsstest eigentlich im Wohnzimmer auf der Couch sitzen und deine Freundin... Okay, du hast keine Freunde. Ich... Verstehe ich, aber... An sich müsste deine Freundin in der Küche stehen und dir ein Sandwich machen. Jetzt sitzt du da. Und deine Freundin sitzt wahrscheinlich auf der Couch und trinkt ein Bier. Läuft bei dir. Wie? Alter. Dieser Schnauze, der muss weg. Du kannst heutzutage nicht mehr mit dem Schnauze rumlaufen. Das geht nicht. Ja, entweder musst du bald unten sein. Oder an der Seite. Aber niemals nur hier. Weil das war vor 10 Jahren vielleicht in vor 20 Jahren. Aber heute kannst du nicht mehr rumlaufen. Ich will dir bloß helfen. Switzerland. Ich spreche leider kein Französisch. Je ne suis pas français, Alter. Ja? Das... Ähm... Haha. Haha. Dir geht's gut. Okay. Hätten wir das auch geklärt. Oh. Du hast ein Bild von deinen Beinen oder von deinen Füßen. Hoffentlich sind die auch gewaschen. Zieh dir die Mütze bis... Bis zum Gittichmehr über den ganzen Kopf drüber. Bis es zerreißt oder so. Oder zerreißt dein T-Shirt oder... Denk dir was aus. Oh! Ja! Jetzt ist er ausgeleiert. Toll. Guck mal, ich kann meine Haare bewegen. Kannst du das auch? Ach komm schon. Mach mal ein bisschen mit, Alter. Eine grüne Wand? Bist du farbenblind? Oder... Sind deine Geschmacksnerven angeschwollen? Oder... Ich möchte ein Passbild von dir in meinem Portemonnaie haben. Was habt ihr für ein Tabak? Grad Wasser mit nur ne Münze, glaub ich. Warte mal. Adiana! Adiana! Alles klar. Ne, Minze ist nicht so mein Geschmack. Aber Wassermelone ist cool. Wir kommen aus Würzburg. Ach Würzburg. Okay, okay. Also aus dem Süden eher, ja. Ist doch im Süden, oder? Ja, ist das im Süden? Ich hab keine Ahnung. Da stimmt so viel Bier in das. Du musst aber wissen, wo Würzburg geht. Ja, ich glaub das ist irgendwo im Süden. Also... Ja, das ist im Süden. Alles, was südlicher von Berlin ist, ist im Süden. Also... Das ist eine gute Logik, ja. Ja. Wie geht's dir? Dankeschön. Dankeschön. Ich hab gefragt, wie es dir geht. Dankeschön. Achso, das gut kam nicht an. Entschuldigung, Entschuldigung. Nicht auslasten. Entschuldigung. Ja, Weihnachtsmann. Du siehst ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Ja, ich bin der Weihnachtsmann. Ich hab momentan gerade Pause. Achso. Ja, muss auch mal sein. Also auch der Weihnachtsmann braucht seine Pausen. So ist das. Was krieg ich zu Weihnachten von dir? Das ist strengstens geheim.